Mein Sohn, Sie sind die Beute. Wir sind die Raubtiere. Jungs, eure Mutter ist tot. Sie starb, weil du sie weggeschickt hast. Sie war schwach. Macht, erweckst du Stärke. Zeigst du Schwäche, bist du unseren Feinden ausgeliefert. Schießen, schießen. Er ist schwach wie seine Mutter. Lass ihn liegen. Was geschah an jenem Tag? Ich blickte dem Tod ins Auge. Und zum ersten Mal sah ich mein wahres Ich. Erzähl mir von diesem Jäger. Es heißt, er nutzt eine Verbindung zu Tieren, um seine Beute aufzuspüren. Stehst du auf seiner Liste, gibt's nur einen Weg runter. Wir sind zu sechst und du bist allein. Noch seid ihr zu sechst. Warum jagst du? Mein Vater bringt Böses in die Welt. Ich entferne es. Du bist genau wie unser Vater. Nur ein weiterer Mann auf der Jagd nach einer Trophäe. Wir sind Mörder. Hat er uns das nicht gelehrt? Mr. Taglin? Wo ist Mr. Taglin? Oh, du stehst in ihm. Du bist ein gottverdammter Irrer. Oh, das ist dir jetzt erst aufgefallen? In jedem von uns steckt ein Tier. Warum, glaubst du, nennt man mich wohl Rhino?